Ach ja... Warte mal, kann man da... Ist da unten was, was meinst du? Wo? Guck mal nach. Nö. Oh, fuck. Ich... Ich... Guck mal nach. Nee. Oh, fuck. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen... Part? neuen Folge von TLR... Together. Together. TLR. Together. The Lands of Remindism. Und wir suchen jetzt mal... Oh, das ist das? Ich sehe die Höhle. Ich sehe eine Höhle. Wir wollen diesen Wasserfall da erkunden und ich sehe schon eine Höhle. Ja, und da ist Kohle. Oh, aber ich habe keinen Spitzhack. Ich gehe schon mal zur Höhle, weil da steht Schwert da drin. Vielleicht so ein... Ja, dann schon mit Diamant besetzten... Oh, das sind auch noch... Zombies. Nice. Hi. Die geht's so. Gut, und dir? Gut. Genau. Machst du denn hier? Wow. Okay, gut. Ich gehe gerade hoch. Okay. Ich hole mir mal kurz hier... die Kohle. Wo war die? Wo war die? Ist das überhaupt eine Höhle oder ist das einfach nur eine Einbuchtung? Kann natürlich auch sein. Nee, ist eine Höhle. Nice. Die ist ja... Oh, ein Schest. Oh, nice. Was ist drinne? Drei Eisen, zwei Brote und Emerald. Oh, nice. Emerald können wir zum Handeln benutzen. Mir doch egal, ich habe ihn gegessen. Ja. Hast du nicht mehr? Ja. Okay. Wo ist die Kohle? Da oben. Ach, ich habe überlegt, wir müssen die Schweine gar nicht aufheben. Die spawnen doch sowieso mal wieder. Solange da... Ja, die spawnen ja mal wieder neu, solange da Gras ist. Ja. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem nach oben. Ja. Nein, die spawnen wir noch. Ja. Na klar. Wenn man da oben lag dann in den Fluss, darf man den Fluss dann gehen. Ja, ich gehe gerade in den Zug. Ich schwimme gerade den Brotag voll hoch. Ich will mir die Höhle auch mal angucken. Ja, da ist richtig viel drin. Es ist einfach nur ein kleiner Raum. Oh, hier ist noch mehr Kohle. Baue sie ab. Baue sie ab. Hast du die Höhle... Hast du die Tour mitgenommen? Ja. Gut. Wir sind erstmal ein Decker und dann ein Bauer. Wo ist die Kohle? Hier oben beim Wasserfall. Einfach den Wasserfall hochschauen, dann siehst du es schon. Okay. Ich sehe nichts. Das ist doch blind. Ach da. Ich baue die Fichte wieder neu auf. Okay. Nice. Damit ich das oben abbauen kann. Einfach alles dreimal abbauen. Alter, wie hoch ist denn die? Ja, die ist richtig hoch. Alter, wie viel Kohle hier ist. Wir sind kohlereich. Kohle, Kohle, Kohle. Komm schon, bau die Kacke ab. Ja, jetzt habe ich sie gleich zweimal abgebaut, die Fichte. Wieso? Ja, weil ich sie einmal wieder hingebaut habe, um hochzukommen. Nice. Ey, da ist noch ein Wasserfall. Wo? Dahin. Da ist noch eine Hülle drin. Und noch ein Riesenberg. Wow. Oh, scheiße. Wie ist es so kalt im Wasser? Ist es so? Ich guck mal im Wasserfall. Ne? Ich guck mal im Wasserfall. Ich guck mal im Wasserfall. Ne? Ich guck mal im Wasserfall. Was ist da drunter? So. Ja. Das macht so geil. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Na Gucke? Oh, das noch. Gleich noch die La Gucke. 5 Millionen wieder. Gleich noch die La Gucke. Ja, die La Gucke. Haben wir doch das noch mal aufgenommen. Die La Gucke. Warte, oh, da hinten. Noch ein Hohn. Und da entgegen eine Höhle rein. Oh, das Wasser führt in einen Berg. Warte mal auf mich, wo bist du? Komm mal ein bisschen zurück. Ich bin jetzt am Fluss immer noch. Hey, das Wasser führt doch nicht in einen Berg. Doch. Wo ist denn deine Höhle? Siehst du das Wasser nicht da? Da. Hallo. Auf. Sonst schleiche ich dich mit einer Blume. Mach das. Danke. Uh, Eisen. Oh, noch Spanner. Oh, krack. Komm mal. Wir haben keine Fackeln. Ich kann kurz solche machen. Mach schnell, mach schnell. Ja. Schnell, 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 schnell. So. Gib mir auch mal ne Spitzhacke. Ich will auch was abordnen. Damit ich den, äh, das Achievement kriege. Blödes Huhn. So. Willst du dir selber eine machen? Dann kriegst du auch nicht vielleicht das Achievement. Ja, ich will mir selber eine machen. Hast du Holz? Ja. Dann gehst du Stein? Ja. Gut. Wollen wir den Spanner hier lassen? Nee, Stein hab ich nicht. Ich hab mir eine Eisen gemacht. Aber ich glaub das ist Verschwendung. Gib mal her. Hallo. Stein. Hallo. Hallo. Ja, ich will mir doch keine machen. Ich glaub das ist mal Verschwendung. Wollen wir das Eisen vielleicht braten? 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 Ne, vielleicht brauchen wir das ja noch für irgendwas. Natürlich braten. Also wollen wir das nicht braten? Doch. Okay. Euronie. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Ich brauch schon mal ein Ding hin. So, ich hab neun Eisen. Zack. Zack. Ich hol mal nicht mehr Kohle. Da draußen hab ich noch welche gesehen. Ich baue mal hier kurz die... Fucking... Alter. Die verarschen. Geh raus hier. So. Äh, die... Das Wasser. Ich mach mal das Drift mein Ding. Mach mal. Auf Ebene irgendwie 45 oder so. Ja. Nice. Oh, ich hab den Spawn abgebaut. Oh. Nee, Spaß. So, ich hol jetzt nochmal kurz das... Die Kohle und dann... Kannst du mal irgendwie ein Weg nach oben bauen? Wie ein Weg? Ja, ein Weg nach oben. Einfach eine Treppe. Warum? Da kommen wir auch so hoch. Ich hab keine Blöcke. Ja, wie kommst du da nicht hoch? Hey, ich hab ja keine Blöcke. Du hättest mal ruhig mal... Wann doch, ich hab mir ja nach oben. Ich will doch eigentlich nach oben. Wächt nicht? Ich hab mir nur die Kohle geholt. Kohle war... Was? Du hast dir Cholera geholt? Ja. Bist du jetzt krank? Nice point mining. Okay, wie viel... Ist das dein Eisen auch schon, das da drin ist? Ich hab schon zwei Diamanten dadurch gefunden. Also sag mal nichts. Hallo. Was denn? Ist das auch dein Eisen, was da drin ist? Jaaaa... Nee, ich hab meins noch nicht reingekommen. Achso. Oh, ich hab was Interessantes gefunden. Bin gleich wieder da. Oh, ein Hühnchen. Okay, was hast du denn gefunden? Guck ich gerade. Ich hab Ausschau gefunden. Wie lange geht die Folge? Äh... Sieh Minuten. Ich kontrollier jetzt lieber immer mal. So. Oh, Archivement Acquired. Machen wir jetzt auch mal ein Spitzhackchen. 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 Machen. Machen. Okay. Und dann ein Sword. So. Okay, hier war doch nichts. So. Und dann Schuhe. Hast du jetzt ein Eisenschwert? Nein, warum machst du hier schon Schuhe? Warum nicht? Du hast auch noch Eisen. Wie viel hab ich denn noch? Weiß ich nicht. Wie viel hast du? Das werden wir nicht. Das werden wir nicht. Das werden wir hier. Das friert alles zu. Ey, ich hab mal Ei. Cool. Ich hab mal ein Ei. Hast du keins? Was? Nicht mehr lange. Moment. Aua. Was soll das denn? Ey, du hast doch ganz viel. Nein, nur ein Brot. Nur so wie sieben oder so. Ein Brot nur. Seisch. Hab ich nicht. Hast du das Eis schon verbraucht? Ja. Oh mein Gott, wie viel frisst du denn? Ja, wenn ich so viel verbrauch? Ja, wie denn? Hey, warum krieg ich kein Aquired Hardware? Weiß ich nicht. Du hast es schon. Hast du es schon? Guck ich vorne. Nein, hab ich. Ich hab nichts ab. Ah, weil ich ne Bench Dings noch machen muss. Egal. Egal. Wer ihn interessiert. I don't care. So. Ich komm. I like it. Ne, lass. Nicht like. Egal. Hast du es bald? Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Warum will ich mal betten? Ja. LOL. Ey. Das war das Ei, was ich geschlagen habe. Ja, genau. Drei Minuten später. Ich mach ja was viel cooleres. Was denn? Ich mach mir mal einen Bogen. Nee, braun, ich hab keine Pfeile. Doch, ein Pfeil, aber mach ich trotzdem nicht. Find mir bestimmt noch. Hallo. Okay. Ich nehm die Sachen mit, ne? Mhm. Wir müssen uns mal eine Map holen. Eine Minimap. Damit wir auf Marker setzen können. Ja doch, das können wir machen. Eine Minimap. Wo willst du hin? Wir wollen auch in die andere Richtung. So, okay. Wollen wir das? Da kommen wir her. Ja, hätte ich vorgeschlagen. Mal auf den Berg da drauf. Im Eisberg. Ja, aber was du vorschickst, ist so immer scheiße. Nee. Doch. Nur an... ...Halloween. Manche Tagen. Okay. Heute ist Halloween. Nee. Doch, wir nehmen das grad an Halloween auf und... Also es ist gerade 2013, müsst ihr wissen. Okay. Wir haben das jetzt gerade... Also jetzt der 31. Oktober 2013. Und wir haben das halt... Oh, da höre ein Zombie. Ich auch. Aber nicht gerade. Wir haben das halt jetzt... 2014 müsste jetzt sein. Irgendwann. Weißt du jetzt nicht genau. Ich kenne... Also ich habe mir nicht gemerkt, wann es rauskam. Ähm... Ja. Wir haben halt ein bisschen vorproduziert. Mhm. LOL. Was ist los? Ich bin in den Stein reingebackt. Ja. Weil der Stein sich höher platziert hat wegen dem Schnee. Alter. Alter, der Schnee ist so kacke, ne? Alter. Das geht so auf die Eier mit dem bekackten Schnee. Ja, mit dem Halbschnee, ne? Ja. Ja. Du denkst, oh ja, da komm ich auch noch... Oh, siehst du? Da hat sich der schon wieder in mich reingebackt. Gleich sind wir oben. Ja. Wir sind schon an der Schneespitze. Alter, ich backe mich immer nur zur Seite durch den Schnee. Ich sehe noch nichts an irgendwelchen Buildings. Wieso verbrauchst du eigentlich die ganze Koppelstone? Ich habe noch nicht einen Stein verbraucht. Oh je. Bei einem Hochpumpf an dem Shit. Wir haben aber noch kein Haus gefunden. Das vermisse ich irgendwo. Ja, ich dachte ja, wir haben eins, aber es war nur ein Render-Bug. Ja, ja. Ah, warte mal, kann man da... Ist da unten was? Was meinst du? Wo? Guck mal nach. Ne. Oh, fuck. Ich... Ich hasse es. Ne. Oh, fuck. Ich hasse. Was? Ne, ist nichts. Weiß ich nicht. Ich war in Essen. Ich hab reingeguckt. Ins Loch. In meins. In meins. Äh... Jetzt gerade hatte ich noch zwei Hungerbalken. Und dann ess ich was. Ja. Super. Wie viel verbrauchst du? Sprintest du durchgängig oder was? Ja. Oh mein Gott. Ja, okay. Dann gib mir mal bitte was. Hab jetzt sprint ich nicht mehr. Oh. Ja, warte. Ich bin... An der Spitze geb ich's dir. Hart. Okay. Ich frag mich schon wo. Ich bin oben. Bist du auch oben? Doch. Das beste ist durch Sprinte durchgängig, aber ich schaffe es nicht so. Ja. Na ja, endlich. So, jetzt komm mit. Wir gehen jetzt weiter. Die zwei Entdecker. Hey, du sprintest doch auch. Ja, ich hab jetzt gerade das erste Mal gesprintet. So, was... Oh, schon wieder runtergespannt. Oh, jetzt geht's tief. Sprint mal runter. Oh, oh. Dieses Mal nicht, mein Freund. Nein. Okay, dann nächstes Mal. Ja. Alter. Nein. Oh, zwei Herzen. Fick dich, du Wichser. Wir gehen jetzt hier runter. Du Wasser. Berge sind tödlich, wenn man Luca dabei hat. Nee, nee, nee. Wenn man Nikolas... Wenn ich dabei hat, ist es nur schädlich. Das sieht interessant aus da vorne. Wenn man mich dabei hat, ist es... Wenn man mich dabei hat, ist es nur schädlich. Wenn man dich dabei hat, ist es tödlich. Das heißt, ich klatsche die ganze Zeit irgendwo drauf. Das ist ein Schwein. Ich kill das mal. Zwei sind Schweine. Zwei sind keine. Zwei sind keine. Alter. Sehr schön. Oh, wir sind richtig viele Schweine. Ich habe nämlich nur noch drei Herzen. Ja, du bist ja auch... Ah, jetzt. Hast du mich geschlagen? Ich habe nur noch ein Herz gehabt. Ja. Wenn du auch vor mich läufst. Wir müssen dringend was braten. Hast du nichts mehr? Nicht mich schlagen. Dann... Ich kann dir noch was geben, wenn du das brauchst. Ach! Nein, ich habe nichts mehr. Habe ich dir doch schon gesagt. Reicht das? Ja, wir können trotzdem mal was braten. Zombie, wo ist das? Oh, das ist ein Skeleton Master. Ja, kill es. Wenn es mich trifft, dann bin ich tot. Oh, das ist tot. Wo bist du? Weg. Hä? Oh, ein Creeper. Wo bist du? Weggerannt. Wo bist du? Weggerannt. Weggerannt. Alter, bist du behindert? Ich bin wieder auf die... Ich bin auf die freie Fläche gerannt. Ja, hast du jetzt genug zu essen? Oder brauchst du noch was? Ne, ich habe voll. Ja, ich nicht. Du musst nur mal Leben regnen. Erst mal kurz braten. Oh, fuck! Fuck! Komme! Miniman! Miniman! Hallo! Ich finde die cool, wenn die auf Kindern... Das sind die auch schon... Das mieseste, wenn die ein Schwert und Rüstung haben. Komm her jetzt! Du hast ein halbes Herz oder so und rennst da rum und killst Viechen? Komm jetzt her! Alter, du bist so behindert, ne? Wenn du jetzt... Scheiße! Dann klatsch ich dir ein. Komm jetzt her! Wie denn das? Wir sehen uns nicht mehr. Mit meiner... geilen Faust... ...des Todes. Kill sie. Ne. Hier ist ein bisschen was zu essen drin. Ich kann auch ein Hühnchen reintun. Gut. Oh nein, ein Zombie. Ich werde ihn töten. Das ist auch noch eine Spinne. Oh mein Gott! Guck mal, wie schön der Berg... Ich wollte gerade F drücken, um auf den Ofen zuzugreifen. Dazu muss man sagen, wir haben viel Unturned in letzter Zeit gespielt. Und deshalb... Hä? Es ist doch 2013, was ist Unturned? Ja, das stimmt. Äh, wir werden jetzt mit Unturned spielen. Zur Zeit, in der wir das dann rausbringen. WTF? Oh, was? Das schreit wirklich, WTF? Ja, ich weiß. Das ist voll cool. Was machen die... Oh, ich will immer F drücken. Ich will immer F drücken. Ja, ich weiß. Hä? Wir brauchen nochmal Kohle. Ja, ich habe keine. Ich kann aber Holz nehmen. Soll ich Stickidi-Stickidi nehmen? Da. Ich kann auch ein Schild nehmen. Wir müssen nochmal Holzkohle herstellen. Ich brauche auch ein bisschen Essen, ne? Du brauchst nicht so viel. Du brauchst nicht so viel. Du brauchst nicht so viel. Du bist ein Bongo, ne? Oh, jetzt pack die wieder rein, du Honk. Ja. Meine 22 Holz. Wenn du Holz... Wir wollen Fleisch haben und keine... Ich will... Ich will Holzkohle machen. Ja, aber das dauert wieder so ewig. Ich will doch erstmal nur eine machen, einfach. Doch, wir müssen jetzt sowieso aufhören. Okay. Warte. Oh, scheiße. Mein Essen ist langsam ein bisschen aufgeweicht. Hahaha. Nice. Hahaha. Okay. Dann würde ich sagen... Mh. 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 Wir sehen euch beim nächsten Mal. Sehr lecker. Tschüss. Mh. 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 Mh.